Ich sage... Und du sage... Ciao! Und willkommen! Ciao! Wir sind in Italien. Das sind hier richtige Experten. Wir sind gerade in dem italienischen Restaurant wo die selber immer frisch gemachte Pasta anbieten. Die frisch gemachte soße sind richtig krass da. Das habe ich auch noch nie gemacht. So, sie sind Experten. Und ich werde denen etwas geben, wo wir immer dachten, dass es italienisch ist. Und zwar Miracoli. Mein Name ist Lucia. Mein Name ist Lucia. Mein Name ist Lucia. Ich habe 82 Jahre alt. Und ich bin Milanese. Milano, Milano. Mein Name ist Maria. Ich bin 20 Jahre alt. Und ich bin 21 Jahre alt. Mein Lieber ist Pizza. Das ist McDonalds. McDonalds? Nein! Pasta. Und ravioli. Pasta und ravioli. Und du? Das ist eine Ravioli. Das ist wirklich speziell. Kannst du? Das ist etwas anderes. Das ist es gut. Das ist eine Maschine. Das ist eine Maschine. Was ist das? Nein, nein. Nein, nein. Ich bin sehr entschuldig, aber ich bin sehr entschuldig. Ist das aus der Branche? Ja, meistens haben wir es nicht. Sie hat mir vorher gesagt, dass wenn sie ins Ausland gehen, niemals italienisches Essen essen, weil das kein italienisches Essen für sie ist. Auch wenn da steht, original italiener Restaurant, no, don't go inside. Das ist das Essen, aber es ist zu viel, aber es ist zu viel, es ist zu viel, zu viel, wie eine Bühne. Wirklich. Wir denken, es ist italienisch, aber ich glaube, es ist eher für die Bühne. Also, wenn du siehst, kannst du es öffnen. Es ist eine Bühne. 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 Ich glaube nicht. Aber vielleicht ist es nicht so schlecht als wir erwähnten. Es ist eine Bühne. Es ist eine Bühne. Es ist eine Bühne. Wir haben die Bühne. Dann können wir sagen, ob es ist eine Bühne. 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 Eine Sache, die ich habe zu erkennen, ist, dass die Spaghetti in Italien sind sehr lange. Longer. Es ist zu kurz für Italien. Nein, weil wir die Bühne haben. Nein. Nein, bitte. In Italien. Nein, in Italien. Ich werde dich schocken. Wir sind nicht Chines. Die sagen auch, dass die Spaghetti in Italien eigentlich so lang sind. Und nicht so kurz. Das ist eigentlich nicht ein klassisches Spaghetti in Italien. Nein. Nein. Ich habe die Spaghetti in Italien. Das ist ein klassisch. Das ist ein klassisch. Das ist ein klassisch. Für die Spaghetti in Italien muss es frisch sein. Ja. Sie hat gesagt, es sieht italisch aus. Ja. Wenn Sie das sehen, ist es noch die gleiche Meinung? Nein. Es ist nur die Spaghetti. Auch das ist süß. Das kostet. Wie viel kostet das? Ich habe keine Idee. 8, 10 Euro. 4 Euro? Nein. 7 Euro. 5 Euro. 2 Euro. 29 Euro. 2 Euro. Für das? Aber es ist kurz. Vielleicht ist es das. Ich mache eigentlich nur frische Pasta. Diesmal ist eigentlich etwas Tolles hier. Ich würde sagen, aber muss ich fertig. Pasta machen. Wie heißt es zu mir? Dobbiamo fare questa Pasta qua. Se entra qualcuno, wir ... Jetzt müssen wir aspettare, was wollen wir. Ja. Das Wasser muss erst mal, ja. Das Wasser muss erst mal, ja. Das Wasser muss erst mal, ja. Und dann wir haben 12 Minuten. Was ist denn jetzt? Ja. Es ist ein paar Minuten. Hm? 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 Minuten. Oh? Oh, sie hat noch nie Fertigpasta gemacht. Das ist ihr erstes Mal. Sogar mit 82. Dich kann ich nicht mehr kaltieren? Ich kann leider keine. Ich kann leider keine. Ich kann leider nicht mehr kaltieren. Und dann? Ja. Ja. Die haben wir kaltiert. Aus? Was? Ja. Quanto deve cuocere? Nein. Jetzt versuchst du es zu kochen. Werte Bordato l'Ora? Wir fallen asleep. Sie sagst, sie schief gleich ein. 12 Minuten hat sie noch nie. Sie hat sie noch nie. Sie hat sie nie gekostet. Nein, nie. Nein, nein, bitte. Nein. Wenn es noch nicht ist, dann hat sie 8. 8. Jetzt machen wir die Soße. Okay, guck mal was sie macht mit dieser Technik. Sie versucht alles rauszupacken. Das ist schon mal Alexander. Ich liebe Alexander. Ich liebe Alexander. Sie hat es zu füllen. Nein, nein, warte. Sie hat es zu füllen mit Wasser. Und dann... Es ist die exekte Menge Wasser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie macht jetzt den Vergleich der frische Tomatensoße. Hier siehst du das Fruchtfleisch noch. Und hier ist dann natürlich nur eine Krese. Sie sagt, eigentlich müsste man die Pasta mit der Soße mischen. Weil so wird der äußere Rand klebrig und fest. Das ist ja nicht cool, ne? Nee. Das Originale sieht so hier aus. Boah lecker. That's spaghetti. Okay, wir sind ready. Just try the Parmesan first with your finger if you want. Yeah. Do you know? It's like the sand. It feels like sand. Okay. you don't know. It's good. You want to try Parmesan? No, no, no. You don't like it. It tastes like salt. Salt? Yeah, but hard. Wow. It doesn't taste like Parmesan. This is Parmesan, okay. This is Parmesan. Okay, this is fresh Parmesan. Das schmilzt und es meldet in deinem Mund. Okay, jetzt kannst du es probieren. Okay. Okay. Look at this. Ja, es ist ein bisschen warm. Für mich ist es nicht so gut. Ich habe gesagt, es ist besser zu essen als zu schauen. Oh, sie ließ es. Nein, nein. Nein, 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 nein, nein. Es ist nicht so gut. Es ist eher nicht so gut. Aber für mich ist es Ketchup. Du hast es und jetzt bin ich in Italien. Ich habe es zu probieren. Aber für mich ist alles aufgeste. Ich habe es nicht in Italy decreto. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Ich werde dich. Wir sind nicht Chines. Wir sind nicht Chines. Das ist das, was du in deinem Mund musst, nicht dieser. Du musst es in deinem Mund tun. Dann musst du es in deinem Mund tun. Dann kannst du es in deinem Mund tun. Du musst es in deinem Mund tun. Wenn ich wirklich, wirklich Angst bin, dann ja. Obviamente es ist nicht schlecht. Es ist nicht ähnlich wie die Italien. Es ist anders. Spaghetti Klassiker Italien? Nein, bitte. Nein. Du musst es nicht? Nein. Du musst es nicht? Nein. Du musst es nicht sicher? Ja. Nein. Nein? Es ist der Preis für Dabe. Er sagt, seine Lieblingsfammerung ist McDonalds. Dabe. Das ist der Preis. Ja. Mache die Pasta, wie du? Nein. Nein. Ich bin der Job. Ich bin der Job. Ich bin der Job. Ich bin der Job in McDonalds. Ich bin der Job. Aber für uns, weil wir essen jeden Tag. Ja. Ich bin der Job. Oh mein Gott. Nein, bitte. Heaven, nein. Ich bin der Job. Es ist egal. Wir kommen nach dem anderen. 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 Wir kommen nach dem Spaghetti. Ich sage. Ich sage. Und du sage. Junge mit. Okay ich sage. Danke dir. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir. Einfach nicht sprechen. Nein, danke dir. Danke dir. Danke dir und so. Vielen Dank deinem parlamentarischen. Danke mir auch. Freunde, die war es, tanto wenn ihr mich nicht versteht, wenn es sich viel fällt, schaffst du dir deine Daumen nach um. Okay, ciao! 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 Tschüss! Sie sagt uns jetzt was Miracoli heißt. Miracoli? In Italien ist Miracle! Miracle?! Was es miracle? Not exactly a Miracle! Es ist ein Surprise! Es war ein Surpre-Surpre-Surpresa? Surpresa! Oh, es sollte zurücknehmen, Surpresa! Miraculina am Ende